so kleine pause gemacht ich bin wieder frisch frisch wie huhn mother fucker hey relikte schade und noch mehr leuchtsteine meine 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 egal das aussieht im hintergrund mit der festung es sieht echt cool aus und die ganzen spitzen weg mit den bomben zack und das war cool da wollte es mich abschüttt dreck zu spät gemerkt special so eine kleine kiste das ist nicht selten glaube ich nicht naja gut zwei immerhin ich würde gerne mal gerne mal wissen ob man die auch irgendwie einsetzen kann hier irgendwas so hey fetti fette bomben action spring mal wenn ich auch mal lerne den auszuweichen weil das ist mir ja bis jetzt noch nicht so wirklich gut gelungen ja warte müssen wir das ne okay selten dämlich ach der lebt noch weg glück gehabt aha die explosion hätte man vielleicht bisschen spektakulärer gestalten können also die 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 drecksack haben wir hier noch irgendwo was das sieht nämlich so special mäßig hier aus schnapp hier Das gibt's doch nicht Aaaaaah 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 Mann Können einem echt auf die Nerven gehen Der mag mich nicht und ich mag ihn nicht. Doch das wird ihm irgendwann zum Verhängnis. Wenn der Vollidiot zu blöd zum Programmieren ist. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt geht, weil er schon mehrere Dateien gemacht hat. Ich hoffe mal, dass es immer noch dieselbe Folge ist. Sonst hat die nämlich Überlänge und das wäre nämlich nicht gut momentan. Ups, wo kommt die denn her? So, haben wir beide Waffen ausgelöst. Biggie Smalls! Mr. Granatenman! Yeah, noch ein Special! Hey, ein Kristall! Vier! Wow! 20 weitere Teile davon, um Sonnsteinen in der Karre freizuschalten. Guuuut! So, die Sonnensteine nehmen wir mit. Ah, ein Freund hat mich angeschrieben, aber ich kann gerade nicht. Die Teile wieder. Höh! Schade. Ein Golem, gebaut aus Relikten. Versuchen wir's nochmal. Glück gehabt. Hä, warum Golem? So, da wartet Biggie Smalls schon. Fuck. Jaa, natürlich. Jaa, natürlich. Ich hab Zeit. Auch! Ich hab Zeit, Dassel, Ich könnte das den ganzen Tag lang machen. Na komm schon her, Fettsack. Ich will meine Relikte. Bist du 60? Nein. Fuck! Oh, Glück gehabt. Morgen! Oh, Peitsche. Darauf steh ich. Eine Waage? Oh, der hat gesessen. Oh, oh. Puh! Alter! Alter! Der ist echt übel. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter! Das... Ah! Mach ihn fertig. Ach, ich mache das selbst. Ja komm doch. Au. Oh. 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 Oh, come on! Oh, komm mal eh. Das... Ah! 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 Ich mache das selbst. Ah! Na also. So. Neck! Du bist ja riesig! Das bin ich wohl. Los, mir nach. Lass uns die anderen suchen. Jawoll! Alles kurz und kleingeschlagen. Moment, ich glaub wir müssen da lang. Ist hier noch was? Nee. Aber man merkt, wie schwerfällig Neck jetzt geworden ist. Der steuert sich ganz anders. Ah, gut. Ich mach mal Dingens und so. Folgen-Cut, ne? Um euch zu ärgern. Geil, die kann noch größer werden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Neck. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.